Benni ist im Kader, ist auch ein Startelf-Kandidat, hat einfach ein Top-Spiel gemacht gegen Leipzig. Wenn man was Positives aus dieser Phase in den letzten Wochen rausnehmen will, ist es, dass natürlich auch Spieler die Möglichkeit hatten. Vielleicht auch einen Tick früher als geplant, wobei ich das bei Benni gar nicht so sehe. Jeder, der unsere Vorbereitungen verfolgt hat, konnte an meinen Reaktionen schon ablesen, dass ich schon im Zillertal sehr begeistert war. Benni hätte durchaus auch Möglichkeiten bekommen, wenn alle immer fit gewesen wären, da bin ich mir ziemlich sicher. Kann von Anfang an spielen, definitiv eine Joker-Rolle möglich. Es waren schon erfrischende Dribblings, die wir da gesehen haben von ihm, gute tiefe Läufe, gleichzeitig aber auch gut sich im Raum angeboten. Wenn er jetzt mal drei, vier Wochen nicht spielt, nur um da auch die Erwartungen richtig einzusortieren, dann ist es auch kein Rückschritt für ihn, wenn er mal ein U23-Spiel macht, überhaupt nicht. Sondern da geht es um eine dauerhafte Entwicklung. Illi würde ich sofort und jederzeit auch im Bundesligaspiel zutrauen. Da gab es halt immer noch andere Konstellationen, die jetzt vor ihm waren. Der Plan ist, dass Illi nächsten Sommer auch so weit ist, dass man da noch mehr darüber redet. Ich bin von Ilya Gojev Junior, vom Senior auch, aber auch vom Junior, sehr überzeugt. Also er hat eine sehr gute Mischung aus Passspiel, aus strategischem Denken, aus Spielberuhigen, aber auch schnell machen. Er hat natürlich auch noch das eine oder andere, was er verbessern muss. Luke, das ist vielleicht auch ein Kandidat, der die nächsten ein, zwei Wochen nochmal in den Kader mitgeht, aber der hat die klare Heimat U23. Und ich hoffe, dass er da in naher Zukunft sich dann so weiterentwickelt, weil die Möglichkeiten hat er. Ich glaube, das hat auch jeder schon am Samstag gesehen. Seine Körpergröße, seine Schnelligkeit, grundsätzlich auch seine Kaltschnäuzigkeit vom Tor, wenn er in der Box ist, ist schon bemerkenswert. Er muss sich noch an Dynamik gewöhnen, er muss sich noch an Ausdauerfähigkeit gewöhnen, also sowas über einen längeren Zeitraum zu machen. Bei Simon ist es ähnlich wie bei Ilya, wobei ich auch sagen muss, dass Simon einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie es jetzt auch sehr gut tun wird, auf Dauer U23 Spiele zu machen. Er wird aber fest zur Trainingsgruppe bei uns gehören, aber er braucht einen Rhythmus, um sich dann darüber auch zu einer richtigen Option für uns zu entwickeln. David Philipp würde ich da gerne in diese Reihe mit reinnehmen, weil der jetzt noch nicht so in der Öffentlichkeit gestanden hat die letzten Wochen. Der aber in der U23 in den letzten Wochen sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, der auch fest zu unserer Trainingsgruppe gehört und der aus meiner Sicht auch auf einem sehr guten Weg ist, auch wenn er jetzt noch nicht diesen Kurzeinsatz hatte oder diesen Kadereinsatz hatte. Aber den würde ich in dieser Riege, wenn man so sozusagen über die Perspektivspieler, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, den würde ich da definitiv auch mit dazu ziehen.